Hallo zusammen, das ist Kathrin Erni von SwissGermanOnline.com Wie gefällt dir diesen Typ? Ist er zu schlank? Zu klein? Zu muskulös? Zu dick? Nicht rasiert? Hat er zu lange Haare? Oder ist es der ideale? Der richtige? Wie gefällt dir diesen Typ? Er ist cool, aber zu schlank. Wie gefällt dir diesen Typ? Nicht schlecht, aber zu klein. Wie gefällt dir diesen Typ? Er ist cool, aber zu muskulös. Wie gefällt dir diesen Typ? Es geht. Er ist ein bisschen zu dick. Wie gefällt dir diesen Typ? Er ist cool, aber nicht rasiert. Wie gefällt dir diesen Typ? Nicht schlecht, aber er hat zu lange Haare. Wie gefällt dir diesen Typ? Der Typ ist ideal. Das ist der richtige. Wie gefällt dir diesen Typ? Das war's. gewesen von SwissGermanOnline.com Bis zum nächsten Mal. Tschüss.